Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3, immer noch in der Untotensiedlung. Totensiedlung, keine Ahnung, irgendwie so heißt es auf jeden Fall. Irgendwas ballert hier rum. Oha, bis dahinten kann man hin. Naja, wir müssen ja erstmal den Weg überhaupt nicht schaffen. Das ist ja schon mal das erste Problem. Also schon mal nicht. Mann, roll doch weg. Braucht mehr Ausdauer. So, mehr Ausdauer wäre schon ganz nice. So, ihr beiden seid weg. Du droppst tolle Sachen. Geil. Wenn ich mich damit an den vorbeischleichen könnte, das wäre mega geil. Aber ich befürchte, das geht nicht. Sehr ärgerlich. So, den hauen wir auch kaputt. Guck mal, ich könnte auch hier eigentlich runter. Dann würde ich mir so das ein oder andere ersparen. Glaub ich. Andererseits, hm. Naja. Ne. Ich glaube, das macht mehr Schaden, als es helfen würde. So, ciao. Mit V. Achso, warte mal. Ich könnte mal gucken. Ja, hier brauche ich noch einen Punkt, ne. Die Waffe ist besser, ey. FP-Kosten. Ich habe ehrlich keine, also, hm. Ich weiß nicht mal, wofür das ist. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Ich meine, ich brauche zwei Schläge, also von daher wäre es egal. Ähm, aber, ja. Vielleicht gegen den Dicken hilft das ein bisschen besser, wenn ich so eine Waffe habe oder so. Weiß ich nicht. Muss man mal schauen. Auch gegen, ja, wobei gegen die anderen nicht. Ich werde trotzdem zwei Schläge brauchen. Also, ich glaube, da ist jetzt nicht so der krasse Unterschied. Aber muss man mal gucken, ne. Oh, der ist schon mal tot. So, komm her. Ich habe, warte mal. Oh, jetzt probiere ich mal was aus. Ich habe doch Köderschädel oder einen zumindest. Kann ich doch bestimmt irgendwie gegen die, hoffe ich, benutzen. Dann werden die nämlich alle weggelockt von dem Dicken. Dann kann ich eventuell... Hm. Ein paar... Ja, gut. Die wollen irgendwie nicht so. Ich will. Wenn ich gleich gegen den Dicken alleine kämpfen könnte, wäre das ziemlich geil. So. Na, dann kommt mal her, meine Freunde. Ah, der will... Okay, jetzt kommt er auch. Alles klar. Dann kommt mal her. Okay. So. Zack. Mit dem Anschleichen, das kriege ich eh nicht hin. Ich würde mich eigentlich ganz gerne anschleichen. An den Typen, ne. Aber der merkt das immer sofort. Ich glaube jetzt... Oh Gott. Okay, das ist doof. Oh nö, das sind ja drei von denen. Ach, du Scheiße. Genau. Clemse. Bla, bla, bla. Blu. Wir können aber währenddessen, glaube ich, die auch nochmal kaputt machen, weil das ist ja nicht so schwierig. Boah. Shit. 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 Fick dich doch. Alter. Roll doch. Ohne Witz. Dieses Rollen. Ach man. Funktioniert überhaupt nicht. Das ist so behindert. Wie das jetzt? Ja. Alter, dieses Rollen. Es geht einfach überhaupt nicht. Ich habe zweimal Rollen gedrückt. Er ist nicht einmal weggerollt. Das ist so zum Kotzen. Jetzt habe ich auch keine Köderschäle mehr. Schon wieder keine Ahnung, wie viele Seelen verloren. Ey, das ist immer so zum Kotzen. Oh, ich habe zwar mein Schild hochgehabt, aber ey, was soll's. Wir ignorieren das einfach. Jetzt komme ich nicht von mir hier vorbei, ey. Weiß ich gerade noch beim ersten Mal geschafft und jetzt wird kein... Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall übertrieben nervig. Oh, mein Auge tut wieder weh. Genau so war die Tame. Ach scheiße, den habe ich vergessen. Das ist gegen die fette Wachtel da draußen. Ey, das wäre schon mal auf jeden Fall ganz gut. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Also wenn ich alleine gegen die kämpfen würde, wäre das kein Problem, aber... Oh, alles klar. Wozu sollten wir das Schild auch hochziehen? Jetzt mal kurz hier hin. Komm auf jeden Fall... Okay, kommt auf jeden Fall der. Oh, jetzt muss ich ja das so machen, irgendwie, ne? Weißt du, da klappt's. Wie hat's geklappt? Kein Problem. Jetzt kommt die wieder mit dem Umarmungsscheiß hier. So, mal eben weg, weil die ist sonst zu krank drauf. Kann das aber auch einmal komplett rumziehen, ne? Meine Fresse, ey. Vor allem, das bringt doch gar nichts hinter... Also ich komme auch gar nicht so schnell hinter sie. Ah, hat nichts gebracht. Vielleicht jetzt? Ne. Jetzt stehe ich zwar hinter ihr, aber das bringt mir nichts. Machst du wieder den Scheiß? Ja. Endlich, ey. Oh, das hat ja super funktioniert. Jo, das hat ja auch wunderbar funktioniert. Okay, eventuell... Alter, leck mich doch an den Nüssen, ey. So. Eben hoch. Heilen. Direkt zweimal kann ich heilen. Alter, jetzt ist doch schon wieder verkackt, eigentlich schon wieder verkackt, ey. Kann ich schon wieder eigentlich zum Leuchtfuhrer gehen und... ...mich da heilen oder so? Jo, lebt man. Ja, geil! Jetzt kommt GeForce Experience und sagt mir, ist ein Treiber verfügbar oder was? Läuft der richtig? Seit wann wird mein Spiel dafür minimiert? Oh, zwei Estos nur noch, ey. Das ist nicht viel. Hä? Ja, von da unten, natürlich. Durch den Stein durch, ne. Das ist ja kein Problem für ihn. Könnte nochmal echt ein bisschen mehr droppen, die Penisnasen, ey. Ja, komm her, jetzt. Habe ich den ganzen Tag Zeit. Bei denen kannst du aber wenigstens wieder so einigermaßen drumherum, sag ich mal, gehen. Das ging ja im zweiten Teil nicht, da konnten die sich einfach mitdrehen. Aber wenn die hier einen Schlag ausfüllen, dann füllen sie den Schlag halt auch aus. Na, die ficken mich gleich auch wieder weg, ey. Jo. Oh, mein Gott, ey. Kann man die eigentlich auch noch so verstärken, also dass die mehr heilen, oder kann man nur die... Ach, scheiße, warte mal, da ist doch irgendwo noch einer, ne. Da. Und diese Käfige sind ja auch noch hier. Ja, aber nicht so wichtig. So. Ah, die mit den roten Augen sind schon krass, ey. Ja, na klar. Ich bin gerade am Angreifen und das interessiert den nicht, oder was? Oh, da ist noch so ein Ding. Trifft mich trotzdem, natürlich. So. Den da hinten lasse ich jetzt mal. Gut, die Seelen, die hier waren, habe ich eh wieder verloren. Warte mal, warte, 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 warte. Moment. Ich muss doch nochmal zurück. Moment. War hier nicht, das Estus-Süppchen, ist das noch da? Jawohl, geil. Nice. Könnte ich mich wenigstens einmal wieder vollhealen. Diese blöde Zauberbratze, ey, die geht mir so hart auf den Keks, ne? Richtig hart auf den Keks. Scheiß, die Wand an, fuck. Aber sie macht es natürlich permanent, was auch sehr blöd ist. Zack, zack. Gut, jetzt muss ich meinen letzten Flakon sowieso benutzen. Ich würde den Hammerboy gerne eigentlich anlocken. Ah, gut, der steht da hinten, vielleicht kann ich ihn noch so machen. Ach, fuck you. Boah, der ist schon mal tot. Puh, okay, ich renne mal kurz darüber. Ich weiß nicht, hier war, glaube ich, nix, ne? Ist die runtergekommen? Ne, noch nicht. Aber die kommt runter, das weiß ich. Oder ich versuche einfach mal hier lang zu gehen. Ist die jetzt unten? Ne, die steht ja immer noch oben. Hier ist ein Item, da komme ich aber, glaube ich, nur, wenn ich jetzt hier springe, ne? Aber da habe ich irgendwie gar keinen, also... Nicht unbedingt Bock drauf. Ich würde mal wissen, was hier so ist. Ah, da komme ich hoch. Okay. Nicht natürlich da oben mit ihr. Ob ich das will, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Da. Schau mal das. Alter, warum treffen die mich denn immer? Da. Puh, das war schon mal das. Sehr gut. Rot. So, jetzt kann ich nochmal gucken, ob da oben irgendwas anderes noch ist. Oh, da ist ein Item. Ne kleine Titanitscherbe. Na dann. So, äh, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Wenn ich wahrscheinlich hier runtergehe, komme ich unten raus. Vermute ich. Wird safe so sein. Das Ding ist dennoch, dass da Items sind. Woran ist der gestorben? Ja, anscheinend ist da irgendwas. Gegen das man kämpfen kann, muss, soll. Ich sehe nichts. Alter, guck mal, da geht es auch hin. Dein Schild? Ne. Ich gehe mal kurz hoch. Ich versuche da jetzt mal rüber zu springen. Und hoffe, dass ich nicht dabei sterbe. Sehr gut. Eine roste Kamenta. Was sehe... Okay, es ist weg. Ich habe es wohl aufgescheucht. Ärgerlich. So, ja, jetzt bin ich zwar hier. Doch, da kommt man auch rüber. Sehr gut. Und hier kommt man auch runter. Alles cool. Hier ist nichts. Wow. Aber hier geht es... Warte mal, ne, hier geht es nicht weiter. Hier sind überall Mauern. Da ist noch ein Item. Wie kommt man denn da hin? I don't knuff, I don't knuff. Oh, 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 hier ist ein Leichtfall. Ja, dann. Setze ich mich doch direkt da mal ran, oder wat? So. Weiter geht's mit dem Abenteuer von die Schmongo. Komm ich jetzt hier auch wieder hoch? Ich hoffe es. Sehr gut. Jetzt bin ich wieder hier an meinem Ausgangspunkt. Hier bin ich rausgekommen. Wir kommen auf jeden Fall da hinten. Oder da müssen wir sogar hin. Ich weiß es nicht genau. Oder müssen wir eher dann... Das sieht eher aus, als ob das der Weg ist, wo wir hin müssten. Für den nächsten Boss. Ich habe so das Gefühl, den kann man nicht backstabben, durch sein Schild auf dem Rücken kann das sein. Ich glaube tatsächlich nicht. Okay, er rastet einfach aus. Yo, 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 yo. Alles klar, ich bin weg schon. Ich glaube, das war sehr knapp. Mein Gott, da macht er noch einen Schlag. Ey, wie viele Schläge macht denn der Sack? Irgendwann ist er mal... Oh, er lebt noch. Irgendwann ist er mal gut. Verrückt. So, wo muss ich lang? Ah, es sieht echt... Also ich muss... Das hat bisher noch gar nichts dazu gesagt. Das Spiel sieht schon echt hübsch aus. Also finde ich. Im Gegensatz vor allem auch zu den Vorgängern. Sieht es echt gut aus. So. So, wo muss ich jetzt hin? Also das sieht mir eher so aus, als ob das der Weg ist zu einem Boss. Ja? Ich kann mich natürlich auch komplett irren. Aber es wirkt irgendwie so. Da hinten wirkt es nicht so. Deswegen gehe ich erstmal dann nach hinten, weil ich wissen will, was da ist. Und da ich den Typen jetzt gerade eh platt gemacht habe, werde ich mich auch nochmal kurz ans Feuer setzen. Und eventuell... Nicht eventuell. Ich werde nochmal kurz eine Reise machen. Und zwar zurück zum Feuerband Shrine. Denn da werden wir jetzt nochmal leveln. Ich glaube, wenigstens ein Level sollte ich hinkriegen. Hoffe ich. Wäre auf jeden Fall ganz toll. Danke. So. Ja, ist ja gut. Wir machen das jetzt auf 18. Und dann habe ich erstmal das, was ich brauche, um zum Beispiel auch das andere Schwert benutzen zu können. Dann kann ich jetzt vergleichen. Ähm. Ja. Ne? Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die hier wieder sehr viel teurer sind, die Levelaufstiege, als noch im zweiten Teil. Und eventuell dadurch auch wieder ein bisschen mehr Wert oder so. So. Aber es macht... Es macht weniger Schaden. Das macht 117 plus 20. Also 137 dementsprechend. Ähm. Das macht jetzt 115 plus 18. Ist aber auch deutlich schlechter. Das macht... Ja, wobei, der hat kritischen Schaden. Der hat 100 und das sind 110. Hm. Also, wenn ich danach gehe, müsste dieses Schwert, das Breitschwert, das Beste sein, was ich bisher habe. Wenn ich es nicht falsch sehe, vom Damage Output her. Gut, es macht eine bessere Haltung, irgendwas Dunkel, irgendwas Magie. Hm. Ja, keine Ahnung. Ne, dann lasse ich das so. Erstmal. Hat er den höheren Damage Output, ne? Oh, komme ich hier nicht durch? Boah. Okay. Ganz... Psst. Fuck. Muss leise sein. Oh nein, jetzt ist der Typ schon... Oh, nö, jetzt ist der Typ ja schon wieder. Fuck, habe ich vergessen. Da oben. Ist die jetzt schon weg? Ne, ist noch da. Also, ich muss sowieso in die Richtung gehen. Okay. Ich will jetzt nicht gegen ihn kämpfen, eigentlich. Und will mir nur... Nein, das Glitzervieh ist weg. Och Mann, jetzt muss ich mich schon wieder ransetzen. So. So. Jetzt müsste Glitzerchen wieder da sein. Wir gucken mal. So. Eigentlich müsste Glitzerchen wieder da sein, aber es ist nicht. Jetzt muss ich den Typen sowieso nochmal besiegen. Weil jetzt möchte ich ja da lang. Oh, Funkelboy. Was geht? Das ist der I.M. Alter, wie er dann aber auch ausholt, weißt du? Boah, Alter. Okay, der hat... Also, hei, 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 hei. Der haut auf jeden Fall ganz schön rein. Der holt doch... Ne, da noch nicht. Ich dachte, der holt jetzt gleich nochmal aus. Zu einem Schlag der Güte Klasse A. Aua, Alter. Jo. Okay, Blutungsschein macht ziemlich viel, wenn man öfters trifft. Vielleicht dann nochmal das Uchigatana. Warte mal. Ne. Okay, doch nicht das Uchigatana hierauf. Dann machen wir das so. Wenn man oft genug trifft, dann macht der Blutungsschein doch mega viel aus. Was zur Hölle war das? Irgendjemand wirft irgendetwas. Aber wo? What the fuck? Von wo denn, Alter? Irgendwo da oben schmeißen... Okay. Jetzt weiß ich zumindest, wie die ganzen Feili hinkommen. Alter, willst du mich eigentlich gerade verarschen? Ja, natürlich sind da noch mehr drin, ist ja klar. Oh, meine Güte, ey. Ja, da ist Scheiße, da will ich... Hier. Jo. Ich glaube, ich bin echt tot. Ist nur so eine Vermutung. Ich bin doch gar nicht tot. Alles klar. Okay, jetzt bin ich tot. What the fuck, ey. Ich dachte, der hat zu viele erwischt. Und hier drin sind immer noch genau so viele. Und er hat seine Arbeit aber nicht gut gemacht. Und er hat die ganze Zeit schmeißt er diese... ...äh, äh, äh, Pfeile auf mich. Was ist mit dem los? Das ist auf jeden Fall das Ding schon wieder. Funkelschin. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Chance, das nochmal kaputt zu machen. Aber kein Funkel-Ditanit. Irgendwas anderes. Also am besten, glaube ich, die da raus. Äh, versuchen zu... ...äh, äh, 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 Dingsen und dann... Ich mache auch Blutungsschaden, du Penner. Ja, jetzt... Aua. So, huu. Jawohl, wieder Abfall. Nice. Aber ich weiß auch gar nicht, von wo die kommen, ey. Von da hinten. Alles klar. Warum hat denn der Dänen nicht getötet? Dankeschön. Alter, wenn die einschlagen, dann... Huuu. Ich habe auch Polen offen. Okay, ich habe jetzt folgenden Plan gefasst. Ich werde jetzt da durchrennen. Und werde versuchen, die alle rauszulocken, damit die von dem getötet werden. Roll doch. Jetzt müssen die natürlich auch alle mitkommen, sonst ist das irgendwie doof. Warum trifft der mich auch? Ich rolle doch weg, ey. Das sind auch wieder so eine Homing-Homing-Winger, die er hat, ne? Oder wir kämpfen halt auf dem Ground, wo ich nicht getroffen werde. Oder es passiert genau das. Finde ich auch gut. So. Yo. Ich glaube, das Problem ist, der wird nicht aufhören damit. Bis er tot ist. Das heißt, ich muss sowieso hier rein. Achso, ja klar. Der wurde getroffen, ist klar. Ja, halt, schlägt mal dein Life jetzt. Also hier drin bin ich ja relativ safe. Ich würde mir natürlich ganz, ganz gerne die ganzen Items holen, aber ich glaube, ist jetzt nicht die beste Idee. Oh, der hat was gedroppt. Der muss schon mal runter. Ein verkohltes Harzbündel. Woher komme ich nicht? Hier komme ich auch hoch. Die Frage ist, ist da irgendetwas? Ich möchte das gerne mal herausfinden. Würde ich gleich wieder werfen. Äh, schießen. Hier ist noch was. Oh Gott. Ähm. Yo, na klar. Alter, leck mich am Arsch. Das ist so unrealistisch, ne? Mit seinen Homing-Drecksdingern. Irgendetwas Homing-mäßiges müssen die auf jeden Fall haben. Na klar, Alter. Gut, wir gehen jetzt erstmal durch. Jetzt habe ich keine Flakons mehr, was sehr doof ist. Schießt der mich auch hier ab? Wahrscheinlich. Gut, aber hier dürfte ich wieder safe sein. Er schießt immer noch. Ey, ich mache den jetzt so rund, den Junge. Oh, guck mal. Hier ist hübsch. Hier sind Blümchen. Alles da. Alles da. So, mittlerweile habe ich ja ein paar Sachen, die ich nicht gebrauchen werde wahrscheinlich. Aber, naja. Obwohl, die ist sogar besser. So ein bisschen. Die ist sogar wirklich besser. Ja, rüstungstechnisch ist das immer alles nicht so cool, finde ich. Da laufe ich dann doch sehr oft mit den Anfangsklamötchen rum, weil die mit am besten sind. Komme ich hier schon durch? Oh, nö. Yo. Es geht. Ich glaube, ich bin bestimmt zu dem, der geschossen hat, ne? Komm her. Komm her. So. So, der hält ein bisschen mehr aus. So. Nur noch du und ich. Nur noch du und ich. Komm her. Oh, hat nicht funktioniert. Uff. Jetzt aber. Er macht definitiv weniger Damage. Hä? Ohne Witz, mit was hat die denn getroffen? Also manchmal, weißt du. Ich hoffe, hier kommt noch ein Leuchtfeuer irgendwo. Also jetzt möchte sie mich natürlich wieder umarmen, aber das ist kein Problem. Machen wir einfach das hier. Und. So. Da ist noch ein Hund. Die machen ein bisschen auch darauf aufmerksam, dass hier noch was ist, ne? So eine kleine Hilfestellung. Weil, es waren ja schon mal Hunde da. Die haben dann da an so einer Leiche rumgenagt und da war ja auch ein Item. So, es geht hier hoch und es geht hier lang. Die Frage ist, wo ist denn hier hoch? Ich erlöse euch mal von eurem Leid. Ganz sicher keiner mit antun. Ich habe hier gerade irgendwas gehört. Hä? Wo? Man kann hier aber nicht rein, ne? Ins Häusle. Irgendwie nicht so. Na gut, dann nicht. So, das Ding ist, der andere Weg geht halt da noch weiter. Der geht jetzt wieder hier hoch, nämlich aber wieder oben. Ich wäre eigentlich da hin, dann müsste ich da lang. Naja. Kurz gucken, ob er das gemerkt hat. Ja gut, bei dem bringt das, glaube ich, nichts, ne? Oh Gott, der hat einen Steigernahmen. Der hat gar keine Kettensäge. Mann, der macht das bestimmt genau den gleichen Scheiß. Wobei, der könnte... Vielleicht ein bisschen leichter sein. Wenn man denn ausweichen würde. Ausweichen ist manchmal nicht so meins. Könnte das vielleicht jetzt... Nein, schade. So ein Estus-Hüppchen, das wäre jetzt... Also, das würde mir jetzt ganz gelegen kommen. Wäre schon ganz nice. Oder irgendwas, um meinen Estus halt wieder aufzufüllen. Weil irgendwie ohne Estus ist doof. Ist ja ein bisschen hier wie bei Silent Hill oder bei... Keine Ahnung. Was? What the... Och, nö. Wo komme ich denn jetzt an die Bubus ran? Voll die Falle, ne? Kleine Dreckslutscher, ey. Aber da kommen wir bestimmt irgendwie rauf, oder? Hier kommt man auch rüber, einfach nur. Hä? Wo kommt er denn auf einmal her? Gibt es da noch einen Weg? Da muss ich mal gucken. Ach, ne. Er ist hier auf dem unteren... Ne. Ach, da ist schon wieder so ein Topf-Typ. Ich schrenne mal. Ui, 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 ui. Okay, hier ist ein Item, bestimmt eine Falle. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwas, ne? Okay, lässt sich von hier nicht öffnen. Das heißt, hier komme ich nicht weiter. Heißt, ich muss jetzt wieder zurückrennen. Wo kommst du denn? Aha. Giftpfeiler haben die auch noch dabei, ja? So, ciao. Auch gut. Ah gut, dann rennen wir halt zurück. Dann gehen wir jetzt da unten lang. Wo ich mich ja frage. Geht's da auch noch ganz nach unten? Ah, schon wieder so wenig Leben und kein Estus. Ey, das ist doch mal zum Kotzen. Hi. So, okay. Über die Brücke kann ich rüber... Ach so, zwei von denen. Ja gut, dann gehe ich erstmal hier ran. So, wo bin ich jetzt? Oh nö. Keine Ratten. Die kommen. Hilfe. Yo. Nun wäre ich tot. Scheiße. Scheiße. Hä? Eine ist weg. Okay, hier haben wir eine kleine Canalisation und hier sind Ratten. Das ist natürlich super. Kocht hier irgendjemand zufällig irgendwas Leckeres zu essen? Naja. Ich weiß ja nicht. Oh Gott. Ne. Dudes. Äh. Au. Sorry. Ich bin weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Hoch, 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 hoch. Oh Gott. Kann ich jetzt mal probieren, so. Wobei, jetzt da runter, ne? Gut. Der Blutbissring. Sehnerin ist verlassen. Ich habe bisher noch gar keine Ringe gehabt, ne? Fällt mir gerade so auf. Doch. Den Lebensring vom Anfang. Erhöht Blutbissresistenz. Vielleicht nicht so verkehrt. Erhöht Schadensminderung bei geringem TP. Vielleicht auch nicht schlecht. Keine Verluste bei Tod. Aber der Ring bricht. Gut. Ring der Opferung. Alles klar. Wir machen mal das hier alles an. So. Habe ich eigentlich schon irgendeinen Schild, der mir meine Dingsbums erhöht? Nö. Den kenne ich doch. Den hatte ich doch auch schon. Der ist schon echt der Ritterschild, ne? Kommt die aus dem Nebel raus? Diese kleine Drecksau. Clever, diese Ratten. Clever. So. Ach, das ist Shortcut, ne? Also Shortcut. Wenn ich sterbe, habe ich trotzdem erst mal 35 Jahre, die ich laufen muss. Aber, bin ich hier. Unten. Hier habe ich doch keine 35 Jahre. Perfekt. Will ich mich direkt mal ransetzen. Jetzt sind die Rädchen zwar wieder da. Aber das ist egal. Die werden wir schon wieder down kriegen, irgendwie. Jetzt so mit Full Life. Schon mal die tot. Und die auch. Jetzt haben wir nur noch die drei Ratten da vorne. Und dann war es das ja hier unten schon wieder, ne? Boah, die kommt angesprungen wie ein Welpe. Genauso dumm, so. Nichts droppen die. Echt enttäuschend. Jetzt kann ich es mir auf jeden Fall da oben auch mit denen gemütlich machen. Ciao. Ich würde echt gerne sehen, wie der da wieder hochkommt. Aber ich glaube, das wird nicht. So. Oh, nö. Jetzt kommen sie alle. Die werfen das auch noch. Oh, dann haben die eine Säge in der Hand. Na, supi. Das ist so... Die sind so nervig, ne? Jetzt habe ich zwei mit Säge in der Hand. Ich bin begeistert, ey. Wann mal, können die klettern? Ich meine, der Hund ist zwar auch noch hier irgendwo. Irgendwo war ein Hund, ne? Kommen nicht her, ne? Scheiße. Da ist der Hund. Oh, die kommen doch her. Hi. Wann mal kurz den Hund kaputt? Ich würde gerne mal was probieren. So, interessenshalber. Aber ich finde es irgendwie cool, dass es Gegner jetzt gibt, die halt irgendwie davor gefeit sind, äh, gebacksteppt zu werden, ne? Ist natürlich irgendwie auch blöd. Irgendwie ist das cool. Aber eigentlich wollte ich probieren, ob die hochklettern können. Und ich hätte irgendwie gerne eine Anzeige, wie weit ist die Blutung bei denen jetzt schon. Das wäre irgendwie, äh, ja, interessant zu wissen. Ach, da ist noch so ein Popfhine, ey, jetzt raste ich aber aus. Weil irgendwann machst du auf einmal so viel Damage. Man weiß zwar, es kommt daher, aber trotzdem, es kommt dann so ein bisschen überraschend, ne? Da geht's weiter. Hier, da bin ich auf jeden Fall bei dem Turm, wo der Penner schießt. Den mach ich kaputt, ey. Oh, okay, ich kann sie anscheinend nicht, äh, treten. Irgendwo ist das versch- Aua. Irgendwo verständlich. Au. Dass ich die dann nicht einfach runterkicken kann, aber... Das wäre irgendwie witzig. Oh, Mann. Alter, jetzt schild doch mal deine fucking Nane. Was ist los mit dir? Die können doch noch springen damit, das ist ja cool. Ne, wirklich. Ernsthaft, jetzt wirft er das Ding, ist ja blöd. Oh, meine Fresse, Alter. Jo, jetzt bin ich genau an dem Punkt, wo ich wieder nur einen Estus habe, äh, keinen Estus habe und, jo. Wie ich immer an diesen Punkt komme, ich weiß es auch nicht. Oh Gott. Hunde. 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 Hunde, Hunde, Hunde. Oh, theoretisch. Ich meine, ich könnte ja nochmal zurückgehen. Aber da muss ich hier gegen alle kämpfen, da habe ich mir keinen Bock drauf, weil die kommen ja auch immer wieder. Ist ja auch doof. So, das ist auf jeden Fall ein Typ. Mit einer kranken, kranken Waffe. Bisschen netter Typ, ne? Mit dir kann ich reden. Hmm. Einander von diesen Unkindled, oder? Du? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. Hm. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows, you're like a frail maiden on the frontlines. If, like the others, you're fool enough to play the champion, then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. Ja, gut. Mit dem Tod kennen wir uns ja aus. If, like the others, you're fool enough, then go on ahead. Okay, mehr sagt er nicht. Okay, ciao. Danke, danke. Danke. Pretty, pretty nett von dir. Da sitzt da auch jemand drin. Die kann ich aber schon retten, dann kommt die zu mir in die... Da müsste ich übrigens mal gucken. Da müssten ja ein paar Leute wieder drin sitzen, ne? Mal gucken, dass die Leute da gut versorgt werden, sag ich mal. Ja. Ja, ja, ja. So, na gut, dann wollen wir mal durch die Kirche gehen, weil ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir jetzt nehmen können. Allerdings, habe ich gerade gesehen, die Folge geht schon 45 Minuten. Aus dem Grund... Schauen wir mal, ob es hier ein Leuchtfeuer gibt. Tschüss. Kommt da bestimmt was mit hoch, oder? Hä? Das wird nicht der gleiche sein, aber es ist einer von den Zwiebelrittern. Es ist die gleiche Stimme. Aber es wird schon ein anderer. Ich bin Siegwert von Katarina. Also, ich bin ein bisschen wie ein Pickle. Ich habe so eine Vermutung. Kann man sich nicht eigentlich theoretisch auf den Fahrstuhl draufstellen? Wir warten jetzt noch mal ganz kurz, bis der Fahrstuhl unten ist. Ich möchte mal gerne wissen, ob man sich da oben draufstellen kann. Und schon kann man hochfahren. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge wahrscheinlich hochfahren und dann mal gucken, ob da oben jemand sitzt, der uns beschießt und dem dann mal hier so du du du. Bis dahin, haut rein.